200 Betriebe stellen im Leverkusener Campark die Grundstoffe für Alltagsprodukte her, möglichst umweltfreundlich und effizient. Doch wo gehobelt wird, fallen Späne, Abfall wird überall produziert. Damit der Sonderabfall keine weiten Wege zurücklegen muss, befindet sich unweit vom Campark das Abfallentsorgungszentrum. Nur durch den Spaghetti-Knoten vom Campark-Gelände getrennt, werden in Bürg Abfälle aus der Produktion entsorgt und verwertet. Für Außenstehende ist es schwer, einen Blick auf die Anlagen zu erhaschen. Diese sind gut gesichert. Doch an bestimmten Tagen öffnet die Betreiberfirma Corenta die Pforten zu den Gebieten, die sonst nur mit der nötigen Legitimation erreichbar sind. Der heutige Tag der Umwelt ist einer von drei Besuchertagen, die wir an jedem Standort durchführen. An diesem Tag geben wir unseren Nachbarn und der interessierten Öffentlichkeit Einblicke in unser Tagesgeschäft und zeigen Wissenswertes rund um das Thema Umwelt und Entsorgung. Im Rahmen der angebotenen Besucherführung ist unsere Sonderabfallverbrennungsanlage in Bürg ein Haltepunkt. Hier erklären wir, wie wir sicher und umweltverträglich Abfälle durch Verbrennung entsorgen. Und das ist eine heiße Angelegenheit. Im Drehrorofen beträgt die Temperatur an bestimmten Stellen ca. 1000 Grad Celsius. Hier wird Elektroschrott eingeschmolzen. Organische Bestandteile oxidieren vollständig, anorganische und metallische bilden eine Schmelze. Diese läuft am Ende des 12 Meter langen Rohres in einen wassergefüllten Entschlacker und erstarrt. Die glasartige Schlacke kann nun bedenkenlos deponiert werden, da sie keine Giftstoffe mehr enthält bzw. abgeben kann. Für die Besucher ein Highlight. Ein paar Meter entfernt spürt man schon die Hitze. Und das, obwohl der Ofen nicht auf Betriebstemperatur läuft. Für den Besuchertag ist die Leistung eingeschränkt. Sicherheit ist hier schließlich oberstes Gebot. Wer das Rohr passiert hat, kann dann einen spektakulären Eindruck von den Kräften des Feuers gewinnen. Ein kleines, stark gesichertes Sichtfenster lässt den Blick ins Innere des Ofens zu. Der Drehrorofen ist aber nur ein Bereich der Sonderabfallverbrennungsanlage. In den Dampfkesseln werden weitere Abfälle verarbeitet. Die Abwärme aus der thermischen Behandlung des belasteten Mülls wird übrigens genutzt, um den Campark mit Dampf zu versorgen. Über Rohrleitungen wird dieser zu den dortigen Produktionsbetrieben geleitet, für die Produktion oder zum Heizen. Jährlich spart man somit Energie ein, die dem Wärmebedarf von rund 40.000 Haushalten entspricht. Der Energiegehalt der Abfälle hat auch einen weiteren Vorteil. Ist eine Temperatur von über 1000 Grad erreicht, die für eine sichere Entsorgung der Abfälle sorgt, kann der Wärmebedarf zur Aufrechterhaltung der Verbrennung allein aus diesem gedeckt werden. Zusätzliche Rohstoffe wie Öl und Gas müssen somit kaum zugefeuert werden. Das soll auch so bleiben, doch die Art des Abfalls ändert sich. In den letzten Jahren ist eine Reduzierung des Energiegehaltes bei den Abfällen festzustellen. Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel werden heute viele energiereiche Abfälle in Zementwerken und in Kraftwerken als Ersatz für Primärbrennstoffe wie zum Beispiel Gas und Kohle eingesetzt. Dies führt dazu, dass uns zukünftig ein Teil der Energie in den Abfällen fehlt, die wir zur Erreichung der erforderlichen Verbrennungstemperaturen unbedingt benötigen. Zur Vermeidung der Zufreuerung von Gas und Erdöl, die ökonomisch und auch ökologisch nicht sinnvoll wäre, haben wir uns dafür entschieden, den fehlenden Energiebedarf durch eine Mengensteigerung energiearmer Abfälle auszugleichen. Doch bedeutet, vereinfacht gesagt, mehr Abfallverbrennung, nicht auch mehr Schmutz? Wichtig ist, dass es bei der geplanten Mengenerhöhung nicht zu einer Änderung der bisher schon genehmigten Rauchgasemissionen kommt und gesetzliche Grenzwerte weiterhin deutlich unterschritten werden. Auch davon konnten sich die Interessierten am Besuchertag überzeugen. In der Messwarte werden die Prozesse der Sonderabfallverbrennungsanlage ständig kontrolliert. Alle Informationen laufen hier zusammen und die Emissionswerte stehen unter ständiger Beobachtung. Hier zeigt sich auch, dass die Emissionsgrenzen nicht nur eingehalten, sondern sogar ständig unterschritten werden. Die Besucher konnten an diesem Tag viel sehen. Doch waren sie auch beeindruckt? Auf jeden Fall, weil es einfach ansprechend aufgearbeitet worden ist. Man hat halt gleichzeitig in der Praxis gesehen, was uns in der Theorie, in der Führung dargelegt worden ist. Und dementsprechend konnte man halt sofort sehen, was man im Grunde erzählt bekommen hat und dadurch auch sofort die Eindrücke halt verwerten können. Das alles hier vor Ort zu sehen, finde ich unheimlich interessant. Man kann sich als Laie ja gar kein Bild vorher davon machen. Und ich muss sagen, es ist eine riesige Anlage, die Leute erzählen uns so wahnsinnig viel, die grauen Zellen haben unheimlich was zu arbeiten. Also gefallen hat mir sozusagen diese Vorstellung der ganzen Betriebe und auch die Sicherheitsvorkehrungen. Wir machen jetzt hier zum Thema Umwelt die Umweltsachen, dass sie da hier auch mal Engagement zeigen, um die Emissionen zu senken. Und dieses Engagement wird auch fortgeführt. Genau wie jenes Nachbarn und Interessierten einen Einblick in die Arbeit des Camparks und der angeschlossenen Anlagen zu geben. Spätestens bei weiteren Besuchertagen im nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.